Was wäre ein Roblox Felix ohne sein blaues Shirt? Warum ist es schwarz? Stimmt, mein Schwirt ist schwarz. Nein! Und damit würde ich sagen, hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen ich und Roblox Felix zusammen Cheese Escape! Oh, wir können in den Käse. Na gut, dann müssen wir wohl rein. Ab in den Käse! Ich bin nach rechts, ich bin nicht zu dehnt. Okay. Komm, also wir müssen unbedingt mit Zaun spielen, das ist ja das Problem. Extra Life kostet Robux. Wer braucht schon Extra Life? Wir sind... Ach, das ist die Safe Zone. Okay, ab hier sind wir nicht mehr safe. Ähm, es gibt hier eine Ratte und die will uns töten. Ist das... Nein, die brauchen wir, glaube ich, irgendwas. Wir lassen in die andere... Da kommen die. Von wo? Okay. Da und da ist irgendwas, da können wir... Bist du da hinter mir? Da bist du. Oh Gott. Perfekt. Ich... Ich hab gerade deine Ratte gehört. Ja, ja. Hier rein, wir haben den Käse, wir brauchen neun Käses. Digga, warum kommt da so Sound-Effect, wenn ich den Käse aufsammel? Weil wir einen Käse haben. Ja, es ist aber auch so deep, wenn man einen Käse sammelt. Oh, da oben ist eine Flamme. Oh, eine grüne Tür. Ja, wir brauchen dafür einen grünen Schlüssel. Wir haben keinen grünen Schlüssel. Das ist genauso wie in Piggy. Das ist Slenderman. Weg. Oh. Ähm, da ist der... Lass laufen. Hier, hier, pass nicht durch. Allein, da rein, da rein. Komm. Ey, ich müsste da... Ey, da ist die Ratte vorbeigelaufen. Aha, und da ist KitKat. Da ist ein hässliches Mädchen. Das ist ziemlich hässlich. Komm, komm, komm. Lass einfach mal in die Richtung. Ja, wir müssen jetzt erstmal die Schlüssel finden. Das Gute an den anderen Leuten, die hier drin sind, ist, wir können die opfern, wenn wir müssen. Ja, wir haben drei Käses. Und der ist der grüne Schlüssel. Oh, der Schlüssel. Ja. Was habe ich für eine Kletteranimation? Lass hier rein. Was gibt es hier zu tun? Oh, da ist ein weiterer Käse. Oh Gott, der ist direkt unter uns, oder? Ja. I don't know what you put in. Weißt du, wie laut ich meine Soundeffekte habe? Siehe ich laut anscheinend, weil ich habe ihn nicht so sehr gehört. Also, ich höre, dass der direkt mal unter uns ist. Ja, lass einfach mal hier weitergehen. Okay, okay, ich folge dir, Meister. In den Käse. Und da hinten wäre auch... Na, oh, wir kommen nicht rüber. Oh, ja, wir dürfen nicht. Naja. Hier oben an der Decke ist so eine Schnur. Ich glaube, die führt uns irgendwo hin. Dieses Kabel führt uns zum grünen Key. Nein. Rein. Ja, gehen wir hier mal rein. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Oh, das ist ja... Das ist ja faul. Das ist ein 4-Digit-Code. Hm, welcher Code könnte es wohl sein? Ich weiß es. Ich weiß es. Es ist 3, 8, 2, 4. Mist. Nein, es ist 3, 8, 4, 2. Und das war richtig. Oh, Mist, wusste ich doch. 3, 8, 4, 2. Warte, warte. Oh Gott, jetzt sind wir langsam. Ja, wir sind ziemlich langsam. Da hinten ist Käse. Hey, Roblox, Felix, guck mal hinter dir. Guck mal hinter dir. Käse, Käse, mein Käse. Oh, das sind alles Lampen und kein Käse. Das sind Lampen, da ist kein Käse. Ich weiß nicht, was du mit dem Käse meinst. Und wenn du nicht in dem Licht folgst, stirbst du. Oh, da ist eine Leiter. Du laberst eine Käse. Für alle, die gerade nicht zugehört haben. Roblox, Felix sagt, wer nicht dem Lampen folgt, stirbt. Und sagt eine Sekunde später einfach. Oh, da ist eine Leiter. Lass mal die Leiter hoch. Okay, Felix. Ich denke, die Leiter ist nicht der Weg, den wir gehen sollten. Deswegen gehen wir da jetzt. Ja, das stimmt. Und was ist hier? Hier ist nichts. GG. Falschaden gibt es nicht in Roblox. Dann will ich aber die Leiter hier rechts auch nehmen. Oh, da ist auch eine. Da habe ich auch gar nicht gesehen. Ich glaube, die sind hier einfach nur als Design-Element für die Ecken. Nee, die sind dafür da, dass wir da raufkletterten. Und jetzt gleich bekommen wir ein Achievement, weil wir zwei Leitern hochgeklettert sind. Das wäre voll cool. Oh, ich habe kein Achievement bekommen. Ach, Mann. Na gut, dann gehen wir weiter den Lichtern hinterher. Ja. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier ein bisschen nach rechts gucken. Rechts ist nichts. Links ist auch nicht. Oh, da hinten liegt ein roter Schlüssel. Da ist ein Siegel-Eck. Da ist ein Notaufgang. Oh, eine Lampe. Und ein Mountain Dew. Okay. Schlüssel und Käse. Klick nicht den Käse an. Hallo. Ich wollte mich noch da umsehen, aber jetzt habe ich peinlich auf. Naja. Oh, das ist das hässliche Mädchen. Hinterher. Hinter uns. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind aufgesplittert. Ich gehe in die Safe Zone. Ich bin safe, ich bin safe. Ich bin auch safe, aber ich bin nicht in der Safe. Oh, ich bin nicht safe. Egal. Ach ja. Wir treffen uns schon wieder irgendwann. Ah, da ist ein Mann. Ich versuche dich zu finden. Ich habe einen Rampier eingesetzt. Oh Gott, oh Gott, ich bin gerettet. Ich bin so gerettet. Wo bist du? Ich habe keine Ahnung. Ich bin bei der roten Tür. Ah ja, da war ich auch gerade. Ah. Hier ist ein Brett auf dem Boden. Ja. Oh, das Board können wir an der Stelle. Wir müssen wieder zur grünen Tür. Ich habe keine Ahnung, wo die grüne Tür ist. Ich glaube, irgendwo hier. Ja, glaube ich auch. Ist das hier? Seit da, wo wir eben waren, hätten wir das Board auf dem Boden. Doch, hier, komm weiter. Hier? Okay. Ich glaube schon. Also, ah nee, das ist die Safe Zone. Ja, ich glaube, das war die andere Richtung. Okay. Da ist das Kabel. Guck mal, hier ist wieder diese Line, die über die Decke geht. Und die grüne Tür war ja in der Nähe der Line. Genau, wir müssen dann hier hin und da ist gleich die Line. Ja, und dann ist hier die grüne Tür. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir noch einmal durch den Horror durch. Aber können wir das Board benutzen? Meinst du, die Tür ist wieder offen? Äh, wir sind einfach direkt hier. Ah, nice. Okay, und wir können jetzt den Exit nehmen. Ah. Ah. Verstehe. Und jetzt, nein. Hä? Warum hast du den Exit genommen? Bist du dumm? Ich kann wieder zurückgehen, glaube ich. Okay. Oh nein, ich bin zweimal durch den Exit. Jetzt bin ich bei der Planke jedenfalls. Ich bin bei der Planke. Also ich tränke jetzt erstmal meinen Bloxy. Ich habe jetzt erstmal einen blauen Key. Ach. Blaue Key? Nein, jetzt muss ich dir hinterher. Na gut, ich komme dir hinterher. Ich bin jetzt gerade in die Ratte gelaufen. Das war gut. Okay, bist du die Obby lang? Nein, ich bin einfach zurück, wieder in den Exit. Achso. Oh nein, da wird lieber umgebracht. Hallo. Hä? Wo ist dein Board hin? Achso, du hast das Board jetzt schon platziert. Sehr gut. Das einzige Problem da unten ist eine Ratte. Ja, die ist jetzt weg. Oh, die ist nicht weg. In die Safe Zone. Ich bin in der Safe Zone. Oh Gott. Du bist in der Safe Zone? Okay. Ich laufe. Ah. Ah. Oh Gott, ich dachte, die waren woanders. Gibt es hier zwei Ratten? Es könnte sein. Ich glaube fast. Oh, du bist erschrocken. Ich dachte, ich... Komm, komm, schnell, schnell, schnell. Okay, wir haben fünf Cases. Warum hat die so eine Bowser lachen? Ich will nochmal zu dem Ding, wo wir eben waren. Also komm. Ja, wir gehen dann nochmal hin. Okay. Wir wissen ja den Weg. Wir wissen den Weg. Ich kenne mich so gut aus. Und jetzt wieder... Die Soundeffekte sind so episch in diesem Spiel. Wie best. Okay, erstmal nimm das Bloxy-Aid mit. Ja. Mit der Boombox kann man leider nichts machen. Wir können die Lampe anpassen. RGB, weißt du. Ah. Ich bin in einem coolen Gaming-Zone. Nein, können wir nicht. Das ist wieder automatisch. Okay. Ab in den Exit. Bei mir kam gerade das Geräusch dreimal. Du, du, du. Ich bin der beste Obi-Master. Aber es gibt keinen Shift-Lock. Ich wollte es gerade aktivieren. Wer braucht das Shift-Lock? Und da ist noch ein Käse. Oh. Oh, ein Käse. How are you? Ziemlich gut. Mir geht es. Ja, mir geht es auch ganz gut eigentlich. Was ist das hier für eine Tür? Oh, die dürfen wir nicht durch. Noch nicht. Vielleicht mit dem roten Key. Oh. Okay. Das ist gespät. Also, wir müssen jetzt irgendwo einen Weg finden, den blauen Key einzusetzen. Direkt unter uns ist wieder eine Ratte. Ja, was macht die immer hier? Ich trinke erst mal einen Schluck, bis ich sie nicht mehr höre. Please. Die wird für immer hier bleiben. Ingame sollte ich auch noch was trinken. Sehr gut. Sie kommt wieder. Sie macht einfach ihre Runde hier. Sie macht die ganze Zeit hier ihre Runde drehen. Ich sehe es. Ah, da unten läuft jemand. So. Einfach in die Safe-Zone und dann beim anderen Weg. Ja. Easy. Ich sage immer easy peasy. Easy peasy. Ich glaube, die Ratte ist gleich hier, oder? Nee. Okay, weiter. Lass uns rennen. Oh, die kommt. Hey, lass die Richtung. Ja, du hast recht. Nein. Nein? Wir brauchen eine. Da ist ein Käse, da ist ein Käse. Ein Käse? Ja. Oh, ein Käse. Nummer sieben. Cool. Sieben, cool. Okay, die Richtung vielleicht nicht. Wir brauchen eine blaue Tür. Blaue, die finden wir. Ich hoffe mal. Wir können weiter dieser Schnur da oben folgen. Naja. Ich hatte eben ein bisschen Angst, weil ich dachte mir, wenn wir in eine Richtung gehen, aus der so ein Nicky kommt, oder aus der die da kommt, vielleicht rennen die gerade weg. Haben wir jemals geguckt, was hier ist? Ja. Ja. Hier kann man runterfallen. Was? Hier oben? Da sind wir runtergefallen. Da sind wir runtergefallen, weil wir dann die Schnur gefunden haben und dann einen grünen Key eingesetzt haben. Da haben wir den grünen Key bekommen. Ah, echt los. Ich hab schon wieder alles vergessen. Hier brauchen wir, glaube ich, alle Käse für, für diese Tür. Ja. Ähm, wir warten kurz. Ah, okay. Oder? Ne, der kommt doch. Doch, der kommt. Warum gehst du da hin zu dem? Sie kommt, okay, jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie wirklich. Wir bleiben hier drin. Schillen einfach unser Leben, bis sie weg ist. Ich glaube, die geht nicht mehr weg. Wie die dann läuft. Die ist weg. Okay. Die ist nicht weg. Sie ist weg. Okay, sie ist weg. Ja, nein. Sie ist doch nicht weg. Sie ist nicht weg. Sie war fast weg. Sie war fast weg, ja. Komm, jetzt schnell, 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 schnell. Willst du die Richtung gehen? Grüne, grün, grün. Grün ist safe. Ja. Dann sind wir wenigstens weg. Aber warum? Okay. Dann gehen wir wieder den Weg. Gehen diesen Weg jetzt auf. Wir müssen, ja? Okay. Dann sind wir wieder zurück hier. Und wieder hier. Und jetzt laufen wir mal hier lang. Ja, und links. Wir müssen links mal gehen. Ja, müssen wir. Ja, da ist nichts. Lassen wir mal hier. Da ist nichts. Oh, ich glaube, hier kommen wir wieder dahin, wo wir vorhin schon waren. Waren wir schon mal. Dann müssen wir jetzt hier. Dann müssen wir jetzt mal da lang. Da waren wir noch nicht, glaube ich. Das ist keine Ratte da. Bis jetzt. Waren wir auch schon. Da habe ich den grün. Lol. Ich habe sogar schon die blaue Tür mal gesehen. Hast du? Oh, ich weiß, wie die blaue Tür ist. Wir müssen da hin. Da war die. Die war da am Ende. Oben. Stimmt. Ja, wir haben die gesehen und sagten, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Ja. Genau, Piggy haben wir dazu gesagt. Genau. Was? Okay. Ich habe gesagt, das ist wie mit Piggy. Das war worden anders, aber ja. Also hier sind wir. Oh, da ist ein Käse. Ja. Wir müssen. Okay. Und dann haben wir 30 Sekunden. Ich habe aber nur 8 von. Egal. Wir laufen jetzt eine Schnur hinterher. Die Tür hat sich geöffnet für die Schnur. Wir müssen jetzt eine Schnur hinterher laufen. Wir haben 30 Sekunden für die Schnurtür. Hier. Hier. Ja. Ah. Okay, okay, okay. Komm, wir gehen woanders lang. Wir haben 30 Sekunden. Wir klappen das. Wir gehen den Lieblingsweg. Wir gehen wieder unseren Lieblingsweg. Ich liebe diesen Weg. Meinst du, der Weg zählt für die 30 Sekunden? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht geht. Ich glaube, das geht auch nicht. Ich glaube, wir müssen nochmal aktivieren. Komm. Oder? Ja, okay. Dann aktivieren wir nochmal. Wissen wir nicht, oder? Aber dann geht auch. Stimmt. Das macht ja keinen Unterschied. Äh, da. Da. Da hin. Oh. Ach, was auch immer. Lass den kommen. Lauf, lauf, lauf. Lauf unternehmen. Lauf unternehmen. Nein. Hoch, da, hoch, da, hoch. Oh Gott. Oh, sie ist da unten. Okay. Okay. Alles tamamen. Ich hatte noch nie so sehr Angst vor einer Maus. Sie kommt nicht weiter. Sie hat nur den grünen Schlüssel. Los geht's. Okay. Schnell. Ich habe Angst. So, hier. Die ist vorbeigelaufen an uns. Du hast recht, du hast recht. Du bist so schlau. Und da, wir können rein. Wir können rein. Der letzte Käse. Oh mein Gott, der letzte Käse. Dann können wir zur letzten Käsetür und die ist da vorne links irgendwie. Ja. Links? Rechts. Hä? Aber links war doch der Weg lang. Egal. Was auch immer. Oh, die kommt. Ich bleib hier. Ich gehe hier rein. Ich bin bei der Tür. Du bist schon bei der Tür? Ich bin bei der Rasse. Äh. Ja, da. Komm, komm. Wir sind bei der Tür. Ja. Da rein. Easy. Haben wir gewonnen? Please? Oh, jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe das Abzeichen. You completed the game gewonnen. Ja. Wir haben es geschafft. Smiley face. Oh ja. Smiley face. Hm. Verbindung getrennt. Wir haben gewonnen. Nee, wir wurden gebannt. Nee, wir haben gewonnen. Das sehe ich als vollen Erfolg. Gerade eben hat jemand noch Schieß gesagt, bevor ich verlassen habe. Das ist ein voller Erfolg. Das ist ein voller Erfolg, ja. Ich würde sagen, für die Verabschiedung gehen wir einmal kurz in Please Donate rein. Ja, natürlich. Please Donate. Da bist du ja. Du stehst drin in Dark Roblox 0500. Hallo Dark Roblox 0500. Und die Textur von deiner Krawatte hat noch nicht geladen bei mir. Äh, bei mir ist die da. Okay, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert mich und abonniert auch Roblox Felix. Das war es mit dem Video. Bis dann. Und tschau. Ja. Tschau. Ja. Ja.